Hallo liebe SWN Zuschauer, also heute bin ich hier beim Abschaltgottesdienst in Grafenreinfeld beim KKW und es geht also gleich los in knapp zehn Minuten und ich hoffe, ihr haltet so lange hier aus. Ja, ein kleiner Blick hinten aufs KKW, ich schalte mal um, damit ihr mal seht, was es noch zu sehen gibt hier. Also die Leute sammeln sich inzwischen und wir sind halt direkt hier am KKW und ja, es wird halt gleich in Kürze in fünf bis zehn Minuten losgehen hier. Es sind einige Prominente auch hier, die lange, lange Jahre für das Abschalten des Kernkraftwerks gekämpft haben, der Kernkraftwerke eigentlich. Den Gottesdienst wird halt erhalten, der Heiko Kuschel, Pfarrer Heiko Kuschel und der Franz Feineis und ja, ihr könnt euch darauf freuen, wird mit Sicherheit, wir wollen was ganz anderer Gottesdienst wie sonst. Und ja, lasst euch überraschen. Viele Leute sind auch noch nicht gekommen. Jetzt gucken wir, ob es noch ein bisschen mehr werden. Und, wie fühlst du dich so? Moment, Moment, ich muss doch mal ein Mikrofon umdrehen. Hans, grüß dich, Servus. Was ist das für ein Gefühl, wenn ich nicht einfach drum kann, bergab geschalten werden? Ja, also es ist ein ganz wunderbares, dass es jetzt endlich Schluss ist, wobei noch nicht alles vorbei ist. Und wenn man den Söder so hört, werden wir nicht überflüssig, müssen wir weitermachen. Und ja, es braucht uns weiterhin, wir müssen wachsam bleiben und für die Erneuerbaren jetzt mehr denn je uns stark machen, um eben diesen Populismus ein Ende zu, auch auf der politischen Ebene ein Ende zu setzen. Also ihr werdet überflüssig? Nein, leider nicht. Wir können uns als Barbie nicht auflösen und als Grüne sind wir sowieso politisch notwendig, Danke, Franz, hallo. Der Vater Feinheisen Saga hat gekommen. Ja, grüß dich. Ich wollte doch mal mit euch die Andacht kurz durchsprechen, ob ihr noch was braucht? Okay, ich habe alles. Da ist der Fahrplan, das ist der Fahrplan. Okay. Dann gibt es auch wieder. Sie dort, hat der Christian. Okay. Alles klar. Heiko, Franz, ihr seid so weit im Ablauf. Der Musiker, der Erik, der würde natürlich nach der Andacht. Wir Rednerinnen uns noch mal kurz ab. Endlich Schluss mit der Atomkraft in Deutschland. Über 50 Jahre haben wir hier gekämpft und Widerstand geleistet, mit kleinen und vielen großen Aktionen und heute ist ein Riesengrund zum Feiern für uns, aber es heißt nicht nur Atomkraft, nein danke, es heißt auch Atomkraft nie wieder, denn das Atomzeitalter ist leider noch nicht beendet, auch wenn jetzt die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz genommen worden. Also die Rednerinnen mal kurz. Heiko, was sollen wir uns hinstellen? Das ist natürlich super, wenn wir ... Und Heiko, du hast da auch lange gekämpft, gell? Mitgekämpft, also mit Abschalten. Ja, allerdings. Was ist das Gefühl jetzt auch? Seit gestern sind sie abgeschalten. Also ich habe gestern Abend tatsächlich auch noch mal online verfolgt, wie so diese Kurven langsam runtergegangen sind, kurz vor Mitternacht. Und es ist schon nach so langer Zeit wirklich ein ganz besonderes Gefühl, jetzt endlich mal an einem Punkt zu sein, zu sagen, zumindest diese so gefährliche Form der Energie haben wir jetzt hinter uns gelassen. Nein, haben wir natürlich nicht. Der Atommüll, das wird noch etliche Generationen dauern, bis das weg ist und das ist ja auch genau das, wo ich sage, das können wir nicht verantworten, dass wir auf Hunderttausende von Jahren hier die Erde verstrahlen. Deswegen bin ich sehr froh. Jetzt müssen wir das noch mit der Kohle schaffen und dann sind wir auf einem guten Weg, die Erde auch für unsere Kinder und Enkel und die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Und heute feiere ich einfach mal, egal wie das Wetter ist. Ja, wir sind live drauf, 3 zu 9. Ach okay, ja, hallo, wink mal zurück. Vielleicht noch mehr. Ja, das ist sogar live, sagst du mir ja nicht hier. Ja, das ist ja, das ist ja. So. W? W? Ich fang an. Ja, genau, da, ich hab, ich hab ja, das hab ich den Entwurf von gestern und hab das, das dann so die mit, mit dem Entwurf alles so gemacht. Ja, der Fahrplan, warte mal. Das ist der Fahrplan. Okay. Hallo. 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 So, also es wird bestimmt gleich losgehen hier. Und, äh, ja, schauen wir mal. Ja. Ich denke, wir lassen das jetzt einfach so. Sagen wir mal zum Pfarrer Feinhaus. Ja. Ja. Franz, hallo. Ja. Du willst heute wieder was zum Besten geben? Ja, 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 wie häufig halt, ne? Ja. Sind wir dabei. Hast du die passenden Lieder gefunden? Nein, heute, heute ist es ganz traditionell. Ja, ich hab dich heute früh schon mit dem Leo gesehen. Ja, ja, genau. Wo der Rüdiger gefilmt hat. Ja, genau, da haben wir, da haben wir natürlich, haben wir den Albert, den Albert Henning gehabt. Und jetzt haben wir... Du hast auch schon Gottesdienst gehabt heute früh. Ja, ja, wie immer. War live dabei. Wie seit, wie seit vielen Jahrzehnten. Aber, warte mal, ich hab, mein Problem ist, ich hab kein, ich hab kein, ich hab kein, kein Bändel, denn ich bin an der anderen Gedanke. Das ist jeden Sonntag, so jeden Sonntag live bei uns auf der Webseite. Ja? Okay. Wunderbar. Geht auch so. Mein Gottesdienst ist nur später noch die Predigt zum Nachhören auf meiner Webseite, aber da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Ach. Du bist da so einer der Kämpfer, gell, die von Anfang an dabei waren, ne? Ja, genau. Und wie ist das Gefühl heute? Ja, endlich mal, endlich ist es soweit, dass wenigstens die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, aber deswegen ist der Kampf gegen die Atomindustrie, ich sag immer Mafia dazu, mit den Brennelementenstäben in Lingen zum Beispiel, wo russisches Atom für französische Atomkraftwerke verarbeitet wird, ist zum Beispiel ein Punkt, wo es heißt, da ist das Ende der Atomenergie oder Atomenergieerzeugung leider noch nicht zu Ende. Und deswegen sag ich, der Kampf geht weiter. Der friedliche Kampf. Der friedliche Kampf. Geht weiter. Aber ein Schritt ist erreicht schonmal. Ein Meilenstein haben wir erreicht und Gott sei Dank, sag ich nur, Gott sei Dank. Ja, jetzt kommen also die Leute schon langsam angelaufen. Ja, das Tauchblatt kommt, ja. Der Hans Fischer, der ehemalige Bürgermeisterbeschweber, ist auch noch ein alter Kämpfer für die Sache. Da sind viele, viele bekannte Gesichter da, die ich über Jahre, über Jahre immer wieder bei Demos gesehen habe. Das ist ja doch so. Naja, komm,gasся, indeed,- Ne, es ist wieder ein Pele-R ע University an some water that they were here to twelve year to me. Ja! 嫌 awesome! DochMin istazi. Ja, na, net! Oh,EP私 sind вот вамahanist The các Cheaper in the rest of my world. Hallo! 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 Ein Gefühl der Erleichterung, muss ich wirklich sagen. Natürlich freue ich mich, dass es jetzt seit gestern vollzogen ist, dass jetzt noch ein paar Herrschaften vom Spielfeldrand laut Rheinbrillen aufs Spielfeld. Sie wissen sehr genau, dass sie sich gegen ein Bundesgesetz verhalten müssen und das werden sie nicht mehr ändern können und wir sind sehr glücklich darüber. Wenngleich wir auch wissen, dass die Lasten, die heute schon angehäuft sind, uns, meine Generation und vielleicht noch eine halbe oder gar eine ganze hier in Grafenreinfeld oder in anderen Standorten wahrscheinlich begleiten. Bittere Wahrheiten eben auch. Gerade auch hier in Grafenreinfeld, wo ja die Sachen zwischengelagert werden, entgelagert, dann weiß es ja nicht, dass es weitergeht. Ja, für manche von uns wird es Endlager sein. Ja. Aufgrund des Lebensalters. Ja, da kommen wir auch von uns. Ja, lang hat es gedauert, ja. Und es gab sicher Zeiten, wo es völlig verrückt war. Ja, du erreichst doch eh nichts. Was wollt ihr denn? Ja, und das hat mich allen Ernstes zu den Grünen gebracht, als 2011 Fukushima in die Luft geflogen ist und danach dieser endgültige Ausstiegsbeschluss dann fiel. Er wäre so schnell nicht gefallen, wenn es nicht grüne und ähnliche Strukturen gegeben hätte, die über Jahre oder Jahrzehnte diesen Widerstand, vielleicht manchmal auf kleiner Flamme nur, aufrechterhalten haben. Und dann hochfahren und dann kam die Entscheidung. Und das hat mich da hingebracht. Und das hat mich da hingebracht. Alle Türen stehen offen. Kommt herbei zu dieser fröhlichen Andacht heute. Ja. 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 Okay. Also jetzt geht es los, die Liveübertragung vom Abschaltgottesdienst hätte ich es bei rausgebracht ich grüße alle die zuschauen und ein hallo heute am sonntag dass ihr euch die seine die zeit nimmt und zuschaut die Seid live dabei. Und wie viele Zuschauer haben wir schon? 17. Wunderbar. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Aber es geht gleich los. Bitte nicht die Geduld verlieren. Es kommen also immer noch Leute angelauschen. So, Glocken haben wir keine, aber ihr seid trotzdem gekommen. Wunderbar, dass heute so viele da sind. So ein Freudentag heute hier. Ich hätte mir das niemals träumen lassen, dass ich einmal am ersten Tag ohne Atomstrom als Pfarrer hier stehen würde. Das ist für mich, für dich wahrscheinlich auch, Franz, schon irgendwie, es ist schon ein strahlender Tag oder eben gerade nicht mehr strahlend, doch es strahlt leider noch viel zu viel. Also ich habe das ja als Kind eigentlich schon verstanden, dass eine Energieform, die auf Jahrtausende eine Gefahr ist für die ganze Welt, dass das nicht verantwortungsvoll ist. Und diese menschliche Überheblichkeit, dass wir meinen, wir können die Technik irgendwie beherrschen, das hat sich ja auch bei der Atomkraft schon mehrfach als falsch herausgestellt. Gebetet haben wir hier ziemlich oft, viele von euch öfter als ich, du bestimmt auch, Franz. Ich war nur ab und zu mal hier dabei, aber auch in Gedanken ganz oft da. Wir haben gekämpft und gestritten auf so vielen Ebenen, an so vielen Orten, durch so viele Jahrzehnte. Und auch heute noch müssen wir eintreten für diese Überzeugungen. Das ist immer noch umstritten, alles das. Das Wahlkampfgetöse ist schon laut. Aber heute lasst uns einfach feiern. Lasst uns die fröhlichste Annacht feiern, die wir hier je hatten. Hier an diesem Wegkreuz, an diesem abgeschalteten Kernkraftwerk, das schon länger abgeschaltet ist, hier unter diesen Leitungen, durch die kein Atomstrom mehr fließt. Lasst uns feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir singen. Na, eben ich sage auch nochmal, grüß Gott von der frommen Seite her hier. Und auch da denke ich mir, ich kann mich auch noch gut erinnern, eben in 2005, wo wir das Abschaltfest so hier für Grafen Rheinfeld gefeiert haben, auf dem Marktplatz in Schweinfurt. Genau, da kann ich mich noch gut erinnern. Und auch letztes Jahr erinnere ich mich gerne dran, aber eben unsere ökumenische Andacht, eben von der Barbie her, auch da im Juli drüben und in der Sonne. Genau, und jetzt dann hier, wenn wir da so zusammen sind und dann endlich auch da wirklich auch mit Bitte und Dank das dann auch so machen. Und es ist, ich sage, besonders auch da, das hat mir Christian und der Hubert und eben dann auch so erzählt, dass es doch auch so die einzige Initiative ist, die das dann hier so auch mit dem Glauben oder mit Andachten auch so verbindet. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, wenn ich das noch richtig weiß, eben dann hier, dass das so zusammenkört. Und das war so für mich auch eine Motivation, auch da so auch gerne in dieser Zeit, auch während wir da so die Himmelstürme gegen dieses Kraftwerk auch gebetet haben, den Himmel bestürmt haben, auch das dann hier jetzt auch da so zu feiern und so den Blick zu weiten, nicht nur für Grafen Rheinfeld, sondern den Blick zu weiten für ganz Deutschland. Und ich kann schon vorwegnehmen, der Elmar hat schon gesagt, ey, wir sind ja nicht einfach der Insel der Seligen hier, sondern, hey, es geht ja woanders weiter, gerade eben in der Nachrichten hat es geheißen. Heieieiei. Okay, aber so lasst uns eben dann hier ein Osterhymnus singen. Ja, singt einfach mit. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Bleiben nicht hängen in den Sorgen dieser Welt, ihr seid das Salz dieser Erde, suchet die Herrschaft, die Gott schenken will, in dem Geborgenheit werde. Halleluja, 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 Halleluja. Den Himmel bestürmen. In der Geschichte unserer Kirche gibt es dazu vor allen Dingen auch so die Psalmen. Und naja, jetzt bin ich nicht der David, der das dann hier so vor 3000 Jahren geschrieben hat, sondern ich habe mich gestern hingesetzt, habe versucht so Psalmenartig, das heißt auch, dass wir nicht alleine so vorbeten, sondern das Miteinander beten. Und zwar eben dann hier, wir beide machen so die erste, die ungeraden Verse und ihr macht die geraden Verse. Ihr seht, nach jeder Verszeile gibt es ein Sternle, da dürfen wir ruhig einmal durchatmen, für die zweite Zeile. So ist der Modus. Also, Herr und Gott, wir rufen dich an in dieser Stunde als Gemeinschaft der Hoffenden, Suchenden und Vertrauenden. Dank, Frau Präsidentin, wir haben die Wohne und die Wohne und die Wohne und die Wohne und die Wohne, dass es nicht der Verhoffen und der Seine abgeschaltet ist. Wenn wir uns auch die Sorge um die Lagerung der hochgefährlichen Restprodukte der Atomkraft erfüllt. Wir reiern heute vor dir und mit dir, oh Gott, das Abschaltfest der letzten drei Aktiven und Atomhaler in Deutschland. Herr, was musste alles geschehen in der Welt an Katastrophen, bis man sich dazu entschlossen hat, nicht mehr auf Atomkraft zu setzen? Du aber, oh Gott, hast uns deine Schöpfung anvertraut, in der Verantwortung vor dir und echter Rechenschaft vor einander. Dein Sohn Jesus Christus hat uns den Heiligen Geist geschenkt und damit die Sorge und Fürsorge für das Wohl der Schwestern und Brüder. Unter dem Franziskuskreuz entdecken wir, wie weit dein Sohn Jesus und Kreuze die Arme für uns ausgebreitet hat. Damit wir nicht nur überleben, sondern wahrhaft und aufrecht leben können. So bitten wir, guter Gott, an diesem Tag und in dem geistigen sechsten Jahr zum Leben, dass das rechte Leib in Einschließung dem Nein gegen das Leben auf Kosten unserer Kinder, dem Jahr zu einer atomkraftfreien Zukunft für alle. Ehre sei dem Vater, der uns seine Schöpfung anvertraut hat, Ehre dem Sohn, der uns zu Schwestern und Brüder gemacht hat, Ehre dem Heiligen Geist, der die Quelle des göttlichen Jahr ist, für Gegenwart, Zukunft und alle Ewigkeit. Amen. Ja, so eine Art Psalm haben wir jetzt gerade schon zusammen gebetet. Zu allen Zeiten und allen Orten sind Menschen vor Gott gekommen, mit dem, was sie bewegt, ihrer Freude, ihrer Angst, ihren Sehnsüchten, ihren Hoffnungen. und vor zweieinhalb tausend Jahren ungefähr hat ein uns unbekannter Mensch ein solches Gebet niedergeschrieben. Und vor wenigen Jahren hat sie Peter Knieling, den ich persönlich kenne, neu formuliert. Wir hören Worte des 105. Zeilens, die heute, glaube ich, auch sehr gut passen. Was wir sind, kommt aus dir, Gott. Was wir sind, kommt auch aus uns und unseren Entscheidungen. und aus dem, was vor uns war, aus unserer Familie und der Geschichte. Was ist das Gute, das mir geschenkt wurde? Welche Wunden spielen noch mit? Gott, lass dich finden, auch in dem Schweren und nimm ihm die Macht. Lass dich finden in all dem Guten, das du uns schenkst. Kraft, das Leben zu meistern, Freiheit, Vernunft und Gemeinschaft. Einen Staat, der insgesamt funktioniert. Gott, lass dich finden, in den Wurzeln, aus denen wir kommen und in den Früchten, die wachsen. Stärke das Gute, das Heilvolle und die gegenseitige Hilfe. Schütze die Freiheit, das Recht und die Würde. Amen. Ja, endlich, endlich ist es soweit. Ich habe es ja schon gesagt, dass ich heute diese Andacht hier mit euch feiern kann. Das ist für mich wirklich eine sehr große Freude und Ehre. Aber was soll ich eigentlich heute sagen? Vor zwei Tagen hat mich Radio Primaton dazu interviewt und ich wusste es auch noch nicht so genau, was ich heute sagen will. Du hast deinen Dings auch erst jetzt vor kurzem geschrieben. Ich wollte mich einfach nur freuen heute. Und dabei gibt es so vieles, was uns nach wie vor Sorgen machen muss. Auch der Streit in unserer Gesellschaft, sagt, ob diese Entscheidung richtig ist. Ja klar, sage ich, ich habe mich lang genug damit beschäftigt. Ja klar, sagt ihr, die ihr hier seid. Aber es gibt halt viele, die das heute anders sehen. Viele, denen die Fakten egal zu sein scheinen. Viele, die auf Angstmacher reinfallen. Können wir hier fröhlich feiern mit so tiefen Rissen in unserer Gesellschaft? Und worüber soll ich denn heute irgendwas sagen? Die üblichen Texte, Ach komm, Schöpfung bewahren und so. Das haben wir jetzt, glaube ich, hier oft genug gehört. Das muss nicht heute nochmal sein. Also was dann? Heute früh habe ich in Dittlbrunn Gottesdienst gefeiert und bei uns Evangelischen gibt es immer einen Predigtext, der vorgeschlagen ist. Und auf den zweiten Blick, nicht unbedingt auf den allerersten, finde ich, der von heute passt ziemlich gut. Ich lese den jetzt nicht nochmal ganz vor, weil der ist ziemlich lang. Der ist aus dem Alten Testament und erzählt von Jakob, dem Stammvater Israel. Der hatte seinen Bruder Esau um das Erstgeborenenrecht betrogen und um den Segen des Vaters. Ihr erinnert euch vielleicht aus dem Rallye-Unterricht. Es ging um eine poplige Linsensuppe für das Erstgeborenenrecht. Und dann war er 20 Jahre quasi auf der Flucht gewesen vor seinem Bruder in der Fremde. Und jetzt war er auf dem Heimweg und hatte riesige Angst vor der Begegnung mit seinem Bruder. Und dann kommt diese seltsame Geschichte von Jakobs Kampf am Jabbok. Er schickt seine ganze Familie voraus über den Fluss, bleibt ganz allein zurück. Und dann, die ganze Nacht, kämpft er mit einer seltsamen Gestalt. Man weiß nicht so recht. Ein Dämon, Gott selbst, nur ein Albtraum. So ganz klar wird es nicht, wer dieser Gegner ist. Jedenfalls, keiner kann den anderen bezwingen. Die ganze Nacht, dringen sie miteinander. Das kommt euch, glaube ich, irgendwie bekannt vor, lange zu ringen. Und der Fremde schlägt Jakob auf die Hüfte, sodass er später hinken wird. Und dann, als die Sonne aufgeht, bittet der Fremde, lass mich los. Und Jakob, frech wie er ist, sagt, ich lass dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Nach diesem langen, erbitterten Kampf, endlich, ganz am Ende, bekommt Jakob den Segen. Hart verdient, hart erkämpft. So ungefähr kommt mir unser Kampf hier vor. Nach Jahrzehnten, in denen wir gekämpft haben, gegen einen oft so übermächtig erscheinenden Gegner. Kleine, große Erfolge. Wackersdorf, der erste Atomausstieg, als es so aussah, als würde die Sonne langsam aufgehen, zu früh gefreut. Vor, wann war es? 2015. Hier, Abschaltung von diesem Atomkraftwerk. Aber irgendwie, es ging immer noch weiter. Ach Jakob, ich kann dich so gut verstehen. Aber jetzt, haben wir hoffentlich, wirklich unser Ziel erreicht. Die Sonne geht auf. Okay, heute nicht so, aber, trotzdem, für uns schon. Und in der Energiepolitik, natürlich, geht die Sonne auf. Mit Sonne und Wind, kommen wir unserem Ziel näher. Dem Ziel, diese Erde bewohnbar zu erhalten, für unsere Kinder, Enkel und alle folgenden Generationen. Und Franz, du bist jetzt gerade mit den Zetteln hier beschäftigt und mit dem Wind, während ich von der Sonne rät, genau. Du hast uns was mitgebracht, was an die Stationen dieses Kampfes erinnert. Erzähl doch mal, was du da mitgebracht hast. Ja, die Station des Kampfes, ich will es gar nicht, ich will es Ihnen im Bild sagen. Wer mich kennt, weiß vielleicht, also ich bin so ein Jogger, so ein Läufer und dreimal die Woche nehme ich meinen Rucksack und laufe. Bin auch da, so eben dann von Schweinfurt da rumgelaufen, rüber nach Krötlein und weiter nach Nunder und dann über, im weitesten dann hier so unter bei Wipfel, dann hier über die Fähre und wieder drüben dann wieder hemmen. Naja, so ist es halt eben, so lange zu laufen, wenn man langsam läuft, kann man nämlich länger laufen. Das ist, also eben dann, wer den langen Atem hat, der kommt schon, einfach auch, der kommt weiter. Also, das ist ja auch so, ich meine, wir sind ja kein 100 Meter Sprintläufer, sondern wenn dann hier Langläufer, die eben dann auch so, da das auch so hinbringen. Also gut, ich habe da hier so seit Jahren, habe ich da immer meinen Rucksack dabei. Dann eben dann hier, und denke ich mir schon, der Rucksack, wenn ich den so auftrage, es hat ja jeder sein Bäckler zu tragen. Wem sage ich das? Das müssen jetzt nicht nur die Kilo vom Leib sein, oder eben auch die Kilo von da drin, sondern eben dann hier so ganz andere Bäckler zu tragen. Und ich denke mir auch so, wenn ich hier vorbeigelaufen bin und häufig das Bäckler, was wir da so getragen haben, es war eben dann eher nicht nur leicht, sondern auch schwer. Ich danke eben dann hier so auch, aber das gehört für dieses Bäckler auch dazu, wie du gesagt hast, der Dank. Und was ich da so auch trage, da drin, also habe ich da immer was gegen den Durst dabei. Ich habe immer was gegen den Durst dabei, das braucht man, wer länger wie eine Dreiviertelstunde läuft, also da braucht man was zu trinken. Und ihr seht selber eben ganz nahrhafte Klinge. Ja, das ist so weit eigentlich auch so. Ich kann aber nur sagen, eben dann hier auch als Diabetiker, muss ich da auch immer so wieder auch so aufpassen und habe da so meine Sachen dabei. Eben dann hier, ich habe immer so Gummibärle dabei, das ist wie Zucker und das ist das Bass, zwei Bäckle und das ist brauchst. Und da habe ich mir gelernt, achte auf deine Grenzen. Gehe nicht blind durch die Gegend, sondern, ey, wir sind nicht allmächtig. Also, das heißt, achte eben dann auf diese Grenzen, eben dann vermeide Allmachtspantasien, würde ich jetzt dann so sagen. Dafür steht für mich ja nicht das da, was da drin ist. Was habe ich noch dabei? Eben dann hier, weil ich eben dann hier manchmal auch nicht alleine laufe, sondern mit anderen, bin ich mit meinem Laufbuddy, sozusagen, so heißen die auf Neuhochdeutsch, eben mein Freund, eben dann der Joachim Müller, eben ein Doktor, da tauschen wir uns aus. Deswegen habe ich da immer noch hier was zu trinken, auch für ihn dabei. Da hast du jetzt aber irgendwie das Trinken verwandelt, oder? Vorhin war das eine noch eine andere Flasche. Ja, ja. Ja, ich habe genug dabei. Also, so ist es. Ja, genau. Eben dann hier, das ist dann hier so auch wichtig, es ist auch gut, so auch den Blick, einfach auch so diese Haltung auch füreinander. Ey, wir leben doch nicht in der Leer auf der Welt. Also eben dann hier, deswegen auch die zwei Flaschen, eben dann hier so auch, es könnte noch jemand anders dabei sein und könnte da dann hier auch noch so Hilfe brauchen. Deswegen habe ich da dann hier auch noch was auch, habe ich immer noch, ich habe noch mehr dabei, eben dann hier, da noch was eines, gegen den Wind und den Regen, habe ich was dabei, habe ich immer, denn so ist es doch wie im richtigen Leben. Was Unvorhergesehenes, was Nichtgeplantes und Erwartetes, passiert doch immer wieder. Gut, wenn du dir ein bisschen nachdenkst und vorseuchst, denke ich mir, im Blick auf das Leben, eben was da so auch nicht planbar ist. Dann habe ich immer noch so, auch da oben dann hier, habe ich ein bisschen Geld dabei, kann ich jetzt sagen, sei es in der Not oder wenn du telefonieren musst oder eben dann hier so auch, um den Freund einzuladen, wenn man gerade beim Almrösel vorbeigeht oder beim Schießhaus oder wie auch immer, da kann man auch noch mal eben dann, wenn es nicht langt, die Flüssigkeit, kann man da auch noch was machen. Und für Taxifahrt in der Not, in der allergrößten Not, eigentlich auch so langt es immer. Ich weiß nicht, also für mich ist das nicht nur eben dann hier für Läufer, sondern auch für die Biopause, habe ich auch was dabei. Also kommt ja auch vor, wir sind ja eben da hier, aber eben dann da zu denken. Aber was ich da so auch immer auf der Seite noch habe, aber auch da, das gehört einmal dazu für den Diabetiker, eben dann hier die Messeinheit. Also so ganz ohne kann es nicht laufen. Das Letzte will ich noch sagen, auch da schließlich ist es das Handy. Handy habe ich immer dabei und ich denke mir, es ist auch gut so. Ich war früher leichtsinniger, bin dann ohne gelaufen, bis man dann hier ein gebranntes Kind ist. Aber man darf selber Fehler machen, aber nicht zweimal denselben. Deswegen eben da auch, eben so ein Handy, eben dann hier in Verbindung zu bleiben mit der Umgebung, eben dann als Dienst, als Krankenhauspfarrer bin ich, Rufbereitschaft 724. Also eben dann hier, aber auch mit anderen, die dann auch so, auch so zur eigenen Sicherheit. Und ich hoffe eben dann hier, aber ich entscheide, wenn ich es abnehme und wenn ich es nicht abnehme. Auch da so Grenzen zu setzen, ja, für das. Ja, also so, was man eben so mitträgt, das sind jetzt nur die Zeichen, aber das andere, eben dann für unseren Dienst oder für unsere Aufgaben, die ja nicht enden. Nehmt den Rucksack mit, so auch für alles. Und ja, und dass es keine Last ist, sondern wirklich auch dem Leben und dem Dienst dient, dazu soll es sein. Wir singen nochmal den Kehrvers. Halleluja, 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 Halleluja. Jetzt bringen wir aber das auch so ins Gebet. der Elmer und eben dann hier Maria und die Claudia haben uns vorbereitet und ich hoffe, ihr könnt da auch gut mit einstimmen in diesen, in dieses, ja, in dieses Beten, in dieses Christliche. Denn wir, unser Leben und unsere Anliegen haben eine Adresse. Gott sei Dank, man müsste es ja erfinden, wenn es es nicht gäbe. Und so rufen wir den Herrn an. Wir bitten dich, oh Herr, erhöre uns. Wir bitten dich, oh Herr, erhöre uns. Wir beten heute für alle, die sich um eine, um die lebenswerte Zukunft unserer Erde einsetzen. Besonders für eine nuklearfreie Welt, für eine Welt ohne Atomwaffen und ohne Atomkraftwerke. Wir bitten dich, oh Herr, erhöre uns. Wir beten für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung, unter anderem, das Atommüllproblem so zu lösen, dass es für Mensch und Umwelt und für alle nachfolgenden Generationen verantwortbar bleibt. Wir bitten dich, oh Herr, erhöre uns. Wir beten für alle, die sich um die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Insbesondere für diejenigen, die den Klimawandel stoppen wollen und dabei ökologisch und sozial handeln. Wir beten dich, oh Herr, erhöre uns. Wir beten und bitten für die Menschen in Kriegsgebieten, die sich nach Frieden sehnen. Genauso für die, die in der Ukraine die Atomkraftwerke betreiben. In der Hoffnung, dass diese nicht unter dem russischen brutalen Angriffskrieg beschädigt oder zerstört werden. Das selbe gilt für alle Atomkraftwerke weltweit, die noch genutzt werden. Wir bitten dich, oh Herr, erhöre uns. Wir beten für die Erkenntnis, dass Atomkraftwerke kein Beitrag zur zukunftsfähigen Energiepolitik sein können, weil sie potenziell Gefahren in sich bergen. Stattdessen müssen erneuerbare Energien so stark ausgebaut werden, dass die fossilen Brennstoffe überflüssigt werden. Wir bitten dich, oh Herr, erhöre uns. Wir beten nun für alle, die heute mitfeiern, die es ermöglicht sind und die sich in den letzten 51 Jahren dafür engagiert haben und jetzt leider nicht mehr dabei sein können, weil sie weggezogen oder verstorben sind. Der Förster Karl Nierbauer, Stadtrat Karl Riederer, OB Kurt Betzold, Altbürgermeister Karl Husi aus Bergreinfeld, Fritz Rostäuscher, Bürgermeister von Schwebheim, Gregor Schömig, Stadtrat, Grünes Urgestein und Mitbäder im ökumenischen Friedensgebet der Dreieinigkeitskirche in Schweinfurt und Teilnehmer an den Ahndachten hier am Wegkreuz, Friseurmeister Emil Linke, Begründer der AKW Neingruppe und Jürgen Wilk, der sich authentisch für eine ökologisch-soziale Politik einsetzte. Wir bitten Dich, O Herr, erhöre uns. Ehre seid Ihr Vater und Ihr Sohn und Ihr Heiliger Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Wir beten nun gemeinsam in den Worten Jesu, die er uns für unser lebendiges Bieten mitgegeben hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Welt. Denn Dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Amen. Diesen Segen des Jakob, Jakob am Jacken, Jakob, das ist wirklich schwierig. Ja, ja, jetzt haben wir's durch. Es ist auch noch, Genesis 23, 23 bis 32, ja, kommst du, ja, soll ich. Ja, ja, ihr wisst schon, was ich mein. Also, eben dann hier so, dann tun wir es dem Nachgehen und tun euch mit Segen beregnen. Ja, Segen, ja, ganz viel Segen, aber nicht das hier, und wobei den Segen brauchen wir eigentlich auch ganz dringend. Der Herr sei mit euch. Gesegnet seid ihr und jene, die ihren Blick über den Ego-Horizont weiten und den Nächsten im Blick haben. Gesegnet seid ihr und jene, die Zeit verschenken und dabei keine Zeit verlieren im Eingehen auf Menschen in Not. Gesegnet seid ihr und jene, die Antwort geben und Antwort sind auf die Fragen und Krisen der Zeit. Gesegnet seid ihr und jene, die Danke und Bitte von Herzen sagen können. Gesegnet seid ihr und jene, die die Balance finden zwischen Beten und Arbeiten, Zärtlichkeit und Kraft, Kampf und Kontemplation. Gesegnet seid ihr und jene, in deren Dasein spürbar ist, du bist wertvoll, du bist wichtig. Gesegnet seid ihr und jene, die glaubwürdig und verlässlich sind. Gesegnet seid ihr und jene, denen ein Umweg in der Sorge um einen Mitmenschen nicht zu viel ist. Gesegnet seid ihr und jene, die andere trösten, ermutigen, ehrlich kritisieren, beleiten und begleiten können. Gesegnet seid ihr und jene, die weise geworden sind im Umgang mit eigenen und anderen Grenzen und Gebrochenheiten, Krankheiten und Leiden. Gesegnet seid ihr und jene, die jenseits aller Urteile über sich und andere das Geheimnis, das Meer sehen können. Gesegnet seid ihr und jene, die dem anderen sein Loslassen können. sein Loslassen können. Ach, sein Los, jetzt, ja gut, okay. So soll es sein. Ja, genau. Gesegnet seid ihr und jene, die zumindest einen Schritt weiter gehen als eigentlich schon. Oh, eine gute Idee und Handanlegen für die Schöpfung besonders ihrer Bewahrung und den Frieden. Es ist der Segen des dreifaltigen und dreieinenden Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Singen wir noch eins. Wir haben uns da nicht abgesprochen, aber das Lied, das jetzt kommt, haben wir heute früh in Dittelbrunn das Lied nach der Predigt gesungen. Ja, siehst du mal. Nee, das brauchen wir nicht. Nee, das ist doch klar. Ich hab schon. Einfach. Ja, genau. Ja. Komm her, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu ihr beenden. Nie sind wir allein, stets sind wir die Kleinen, lachen oder weinen, wird gesiegnet sein. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Frieden, die du heimlich liebst, wenn sie es mir nicht sparen. Siegen kann gedeihen, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden meilen, lieben und verzeihen. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, Frieden, die du ihn versprichst. Und sowohl auf Erden will, dass wir ihn tun, wo wir ihn versprachen, die mit Tränen zählen, werden ihn in Ruhe. Komm her, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu ihr beenden. Nie sind wir allein, stets sind wir die Kleinen, lachen oder weinen, wird gesiegnet sein. Einen gesegneten Sonntag. Danke allen, die das hier vorbereitet haben und ich freue mich auf das, was jetzt noch kommt. Ja, endlich ist Schluss mit der Atomkraft in Deutschland. So schön, dass ihr alle mit hier seid und diesen Tag gemeinsam feiert mit uns. Zunächst ein herzliches Dank an Heiko Kuschel und Franz Feineis für die Gestaltung der Andacht. Jedes Mal immer wieder sehr, sehr schön und ich glaube, man könnte da auch öfters mal, wenn man weiß, dass es so einen Tiefgang hat und so eine Bedeutung hat, öfters auch mal zu euch in Gottesdienst kommen. Also vielen Dank. Wir kommen auch gerne noch mal her. Vielleicht gibt es noch irgendwas abzuschalten. Ja. Kraftwerke oder irgendwas. Ja, wir haben heute natürlich nicht nur Grund zum Feiern. Es ist zwar Schluss mit den letzten drei Atomkraftwerken in Deutschland, aber das Atomzeitalter ist leider noch nicht beendet. Unser Spruch Atomkraft, nein danke, erzählt seit über 60 Jahren. Aber wir müssen ihn vielleicht erweitern oder aktualisieren, updaten. Atomkraft nicht schon wieder. Ich denke, wenn ihr die Diskussionen, die Debatten in den letzten Tagen verfolgt habt, dann freuen wir uns natürlich über den Ausstieg, den wir alle gemeinsam erreicht haben. Aber wir müssen natürlich wachsam bleiben und aktiv bleiben. Es gibt noch sehr viel zu tun. Zu unserer Veranstaltung heute, ganz kurz zum Ablauf. Ich habe mich sehr gefreut über die vielen spontanen Zusagen und ich sehe hier viele Menschen, die schon ganz oft hier waren. Viele, die gestern mit in München waren auf der zentralen Abschaltausstiegsfeier. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir aus den vielen Jahrzehnten des Widerstands auch Vertreterinnen hier haben. Der Ablauf ist so geplant. Zunächst wird der Hans Fischer ein paar Worte sagen. Hans Fischer ist ein Atomkraftgegner der ersten Stunde. Er war 24 Jahre lang Bürgermeister hier in der Nachbargemeinde Schwebheim. In der Gemeinde Schwebheim ist auch unter Frist-Rostdeutscher, der vorhin schon genannt wurde, und unter Hans Fischer wirklich sehr viel bewegt worden. Hans, vielen Dank, dass du so spontan zugesagt hast. Nach dem Hans Fischer würde dann Hans-Josef Fell sagen. Hans-Josef, auch an dir vorweg, ein ganz großes Dankeschön, dass du heute hier bist. Ich weiß gar nicht, wie man dich benennen kann. Pionier der erneuerbaren Energien. Ich denke, dich kennen alle. Du hast viele Jahre im Bundestag für diesen Tag, für den Tag des Ausstiegs und des Einstiegs in die erneuerbaren Energien gekämpft auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen. Und wir waren auch immer in Kontakt und du warst auch oft hier bei wichtigen Aktionen. Deswegen eine große Freude für uns alle, dass du heute hier mit dabei bist. Danach habe ich die Ehre, mit euch gemeinsam mit einem Glas Sekt oder Bio-Sidre oder was wir so alles Leckeres mitgebracht haben, anzustoßen und mal wirklich noch mal innezuhalten und vor dem inneren Auge einfach zu merken, was das für uns wirklich bedeutet. Dass wir alle gemeinsam jetzt hier sind und wissen, kein Atomkraftwerk, kein kommerzielles Atomkraftwerk in Deutschland läuft mehr. Es wird kein Gramm neuer Atommüll produziert. Das werden wir dann feiern, und darauf werden wir anstoßen. In der Andacht wurde es ja auch schon erwähnt, wir haben natürlich 2015 am 31. Mai den Abschalltag, wir haben es vorgezogen, gefeiert, weil uns die Betreiber hier ein bisschen gefoppt haben. Wir hatten ein sehr großes Fest mit 15.000 Menschen in der Schweinfutter Innenstadt und die ganze Region hat gefeiert, dass Grafenreinfeld vom Netz gegangen ist. Und auch damals hatten wir aber schon die Debatten, dass man das doch nicht machen kann, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und, und, und. Dazu hört ihr heute noch in den verschiedenen Redebeiträgen. Wir haben 2015 richtig groß gefeiert und heute ist aber, wie gesagt, für uns als Atomkraftgegner der ganz, ganz große Tag. Und ich habe auch noch mal die Bibel der Anti-Atom-Bewegung mitgebracht. Manche kennen das Buch vielleicht von Holger Strom, Friedlich in die Katastrophe. Da gibt es natürlich auch viele neue Auflagen und leider hat sich auch vieles bewahrheitet, was hier geschrieben wurde. Es wurde natürlich vor den Super-Gauss geschrieben und wir mussten aber alle schon zwei Super-Gauss miterleben und können froh sein, dass wir noch keinen dritten miterleben mussten. Ja, danach geht es im Programm weiter mit Daniela Werner, Gemeinderätin aus Grafenreinfeld. Auch das eine sehr große Freude. Wir hätten die letzten 50 Jahre natürlich schon gerne auch Gemeinderäte hier mit eingebunden. Das war aber nicht möglich. Offensichtlich hat sich die Gemeinde Grafenreinfeld weniger mit den Gefahren und den Risiken der Atomkraft beschäftigt, sondern eher mit den anderen Dingen, was mit den vielen Gänen, was die Gemeinde Grafenreinfeld auch verdient hat, wie man das investiert. Herzlich willkommen, dass du heute hier mit dabei bist. Und als fünften Redebeitrag darf ich noch den Paul Knoblach begrüßen. Der Paul ist, denke ich, als Landtagsabgeordneter euch allen auch bekannt. Paul, klasse, dass du mit dabei bist. Und ich glaube, im letzten halben Jahr waren wir mindestens dreimal mit dir hier am AKW. Und du wirst noch mal deutlich sagen, dass trotz des Abschaltens, mit welchen Gefahren wir hier vor Ort einfach leben müssen, was der Rückbau, die Atombelagerung hier vor Ort betrifft. Denn das Atomzeitalter ist nicht beendet. Es wird hier, auch wenn hier kein Atomstrom seit 2015 produziert wird, es gibt hier keine grüne Wiese. Die werden wir hier nicht haben und wir werden uns noch oft hier unterm Kreuz versammeln müssen, um uns gegenseitig Hoffnung zu machen, um uns gegenseitig zu bestärken. Ja, und was im Anti-Atom-Widerstand natürlich auch immer eine große Rolle gespielt hat, Musik und Kultur. Gestern in München hatten wir Hans Well mit den Wellbappen mit seinen Kindern erlebt, Bigor und Eichhorn. Wir hatten hier auch schon verschiedenste Musikerinnen eingeladen. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir heute Erik Stenzel hier haben. Erik Stenzel habe ich in Nürnberg auf dem Badentreffen gehört, habe ich gleich die CD gekauft, war von der Musik begeistert und vor allem von den Texten. Vielen Dank, Erik, für die Musik, die du magst, weil ich denke, auch die Kultur ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, eine ganz, ganz wichtige Säule, um Widerstand zu leisten, Widerstand zu leisten gegen Atomkraft und die ganze Umweltzerstörung und soziale Ungerechtigkeiten, mit denen wir hier leben. Vielen Dank, dass du da bist. Und der Erik wird mehrmals spielen. Drei Sets haben wir vereinbart. Und ich hoffe, du hast auch ein paar CDs mitgebracht. Und ich bin auch ganz gespannt auf deine neuen Texte. Also, viel Spaß mit Erik Stenzel. Danke schön. So. Also, ihr dürft immer zwei Lieder von mir hören und dann die großartigen Redebeiträge. Und eigentlich wäre es ja eigentlich, also es ist ein wunderschöner Feiermoment und doch sind wir, glaube ich, als AktivistInnen auch immer, immer noch auf der Hut, hat man ja jetzt auch schon gehört, immer ein Ja-Aber. Deswegen fange ich nochmal mit Aber-Songs an und vielleicht, wenn wir dann Sekt trinken, kommen mal ein paar positive. Euch gehört die Gegenwart, uns gehört die Zukunft, deren Lebensqualität jeden Tag ein bisschen mehr schrumpft. Euch gehört der Ausverkauf, uns gehört, was übrig bleibt. Wir erben die Schulden, die ihr täglich in die Höhe treibt. Euch gehört die Mehrheit, euch gehören die Posten. Ihr zahlt, was auf dem Preisschild schreibt, steht, wir tragen die Kosten. Eigentum ist Diebstahl, wenn jeder nur von Räubern kauft. Die Ausbeutung Normalfall, wenn ihr das Kind an Wachstum tauft. Zweimal, immer zweimal, in diesem System zahlt man immer zweimal. Was ihr euch heute könnt besorgen, das bezahlt die Welt von morgen. Der wahre Preis bleibt euch verborgen. Oh, wir wurden mit Schulden schon geboren, haben die Solvenz-Duellreiz verloren, wurden zum Opfern auserkoren. euch gehört die Wahrheit, uns gehört der Protest. uns gehört die Angst, die uns leider nie mehr loslässt. die uns leider nie mehr loslässt. Ihr trittet aufs Gaspedal, uns gehört der Crash. wir bezahlen mit unserem Leben, und dir zahlt lieber Cash. in eurer Gegenwart ist das Einzige, was uns gehört die Gewissheit, dass es nicht mehr lang so bleiben wird. was ihr euch heute könnt besorgen, das bezahlt die Welt von morgen. der wahre Preis bleibt euch verborgen. Wir wurden mit Schulden schon geboren, haben die Solvenz bereits verloren, wurden zum Opfern auserkoren. zweimal, immer zweimal, in diesem System zahlt man immer zweimal. Schornsteine rauchen, Wachstum ist was zählt, es gibt nichts, was wir noch brauchen, doch wohin sonst mit dem Geld, den Kindern ein Vorbild. den Kindern ein Vorbild. Auspuffe rauchen, Prestige ist das, was zählt, den neuen SUV, vor dem Schulhof abgestellt, den Kindern ein Vorbild. den Kindern ein Vorbild. Happy Birthday, kleiner Mann, schau dir bitte nie die Tagesthemen an. Happy Birthday, kleine Maus, mach jetzt endlich mal die Nachrichten aus. Vorzeichen warnen und werden ignoriert, was wir nicht wissen wollen, wird auch nicht kapiert, den Kindern ein Vorbild. den Kindern ein Vorbild. den Kindern ein Vorbild. den Kindern ein Vorbild. Happy Birthday, kleiner Mann, schau dir bitte nie die Tagesthemen an. Happy Birthday, kleine Maus, mach jetzt endlich mal die Nachrichten aus. Oh, denn ich kann's nicht erklären, warum wir uns nicht wehren, gegen euer Schicksal, gegen euer Grabmal. Schau dir bitte nie die Tagesthemen an. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Ganz so spontan wie der Christoph, meine Zusage nicht, weil ich mir gesagt habe, eigentlich müssen die ran, die jetzt vorne dran stehen, die jetzt die Arbeit machen, aber ich denke 50 Jahre, Barbie, 50 Jahre Widerstand braucht auch einmal einen Rückblick auf die ersten Stunden und drum habe ich dann doch... Der Widerstand hat sich ja formiert aus einer Bevölkerung mit null Wissen über die Gefahren der Atomkraft. Die Politik hat den Menschen nicht mitgenommen, sondern man hielt sie bewusst, bewusst in Unkenntnis. Es gab auch nicht die Social Medians, wo man halt alles nachlesen kann, sondern man musste wirklich hart arbeiten, hart arbeiten mit Lesen und auch mit den Einladen von Wissenschaftlern noch getraut haben hier dagegen. So, liebe SVN-Zuschauer, also jetzt werden wir uns aus der Feier ausgebildet. Nach einer Stunde Übertragung blenden wir uns jetzt aus und ich hoffe, euch hat es gefallen, hier zuzusehen, zuzuhören und ja, bleibt uns treu und auf Wiedersehen. rufe وم p